Wird Ultraschall tatsächlich verboten? Das ist eine Frage, die sich bald viele werdende Eltern stellen und auch viele Ärzte stellen, denn es gibt eine neue Strahlenschutzverordnung, die zum Teil für viel Verwirrung sorgt. Wir klären heute, was es mit der neuen Gesetzeslage auf sich hat und ob ab dem 01.01.2021 tatsächlich der Ultraschall in der Schwangerschaft verboten wird. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass 2018 ein neues Strahlenschutzgesetz verankert wurde und verabschiedet wurde. Und in diesem Strahlenschutzgesetz gibt es auch neue Strahlenschutzverordnungen. Und diese Strahlenschutzverordnungen bestehen wiederum aus ganz vielen kleinen Einzelverordnungen. Es geht primär im Prinzip darum, Menschen vor nicht ionisierenden Strahlen zu schützen, die nicht unbedingt notwendig sind. Dabei ging es vor allen Dingen um kosmetische Laserbehandlungen, aber auch Behandlungen mit intensiviertem Licht, aber auch um Ultraschallbehandlungen. Da kam natürlich die Frage auf, zählt da jetzt der Ultraschall, den man so bei einer Schwangerschaft macht, auch? Stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht? Klassisches Jein. Das stimmt zum Teil. Denn es stimmt, dass nicht medizinisch sinnvoller Ultraschall bei einer Schwangeren verboten und sogar geahndet werden soll. Punkt. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt medizinisch sinnvoll und eben was nicht? Es geht vor allen Dingen um Baby-TV, Sono-Flat-Rates, 3D, 4D, einfach nur aus Bespaßung bzw. aus Verbildlichung des ungeborenen Kindes, ohne jetzt eine Fehlbildungsdiagnostik zu machen. All das nicht medizinisch unbedingt Notwendige soll eben geahndet und bestraft werden. Es geht nicht darum, eine normale Schwangerschaftsvorsorge zu verbieten. In der Mutterschaftsrichtlinie sind ja drei Ultraschalluntersuchungen verankert, die sollen wahrgenommen werden. Es geht auch nicht darum, eine Risikoschwangerschaft mit vermehrtem Ultraschall zu beobachten. Also, wenn jetzt ein Risikoschwangerer da ist, kann ich natürlich mehr als diese drei Ultraschalluntersuchungen machen, um das Kind vor einem möglichen Schaden zu bewahren. Es geht also unterm Strich darum, so eine Nutzen-Risiko-Abwägung zu machen. Das Risiko, dass eventuell Strahlenschäden verursacht werden können durch Ultraschall, komme ich gleich noch zu, welche Schäden da oder welche Vermutungen man da hat, und vor allem der Nutzen vor einer möglichen Komplikation oder einer Bewahrung einer Komplikation in der Schwangerschaft. Das ist diese Nutzen-Risiko-Abwägung, die man in der Medizin übrigens bei jeder Untersuchung, die man überhaupt macht, für sich abwägen sollte. Macht das jetzt medizinisch Sinn oder eben nicht? Und darum geht es eben auch bei der neuen Strahlenschutzverordnung in dieser bestimmten Einzelverordnung. Ist übrigens ein Prinzip, wo sich die Degum, die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, schon 2012 ausgesprochen hat. Nach dem Alara-Prinzip, so wenig wie möglich, so viel wie eben nötig. Das gilt eigentlich schon für viele, viele Ärztinnen und Ärzte seit ganz langer Zeit. Nur, dass es jetzt eben auch gesetzlich nochmal verankert wird. Und dieses Prinzip gilt eben für die schutzbefohlenen Kinder, die ungeborenen Kinder im Bauch. Wenn jetzt ein Erwachsener, ich zum Beispiel, sage, ich hätte gerne Ultraschall von meiner Leber. Es gibt jetzt keinen medizinisch wirklich notwendigen Grund, ich habe kein Problem, ich würde gerne einfach wissen, wie meine Leber aussieht. Dann beschließe ich ja selbst, ich entscheide selbst, ich möchte diesen Ultraschall, diese Gefahr auf mich nehmen, um meine Leber bildlich darzustellen. Das können wir also als erwachsene Menschen selbst entscheiden. Es geht jetzt aber darum, das ungeborene, schutzbefohlene Leben zu schützen. Und deswegen wurde auch dieses Gesetz verankert. Wie schädlich ist denn jetzt der Ultraschall? Und interessanterweise, und das gibt es jetzt mal einfach als kleinen Trivia-Effekt vorneweg, gibt es keine wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass Ultraschall schädlich ist. Es gibt immer nur Vermutungen, auf die man jetzt sich stützt, wo man sagt, ja, könnte vielleicht sein. Und diese Vermutungen sind zum einen dadurch geschuldet, dass die Ultraschallgeräte heutzutage immer besser werden. Die Frequenzen, mit denen die Ultraschallen quasi über die Bauchdecke auf das Kind gefeuert werden, die werden immer höher. Und da hat man Angst vor zwei Dingen. Einmal die Wärmeentwicklung, komme ich gleich noch zu, und dass die Schallwellen, nicht wie bei den Röntgenwellen, die dann abgelenkt werden und durch das Gewebe durchschießen, sondern diese Wellen von dem Ultraschall werden absorbiert aufgenommen. Und da hat man vor allen Dingen Angst, dass die kindlichen Knochen da die Schallwellen zu sehr aufnehmen und dadurch Schaden erleiden. Das ist so der grundsätzliche Gedanke. Jetzt müssen wir ein paar Dinge noch besprechen, was diese Gefahr angeht von Ultraschall. Es gibt momentan, also aktuell, Studienlage, keinen Hinweis darauf, dass dort Langzeitfolgen passieren. Und Ultraschall gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Und es laufen viele Studien. Das müssen wir auch wissen. Es gibt momentan noch keinen Hinweis darauf. Es ist also alles nur ein Prinzip, dass man sagt, okay, wir sind eher lieber vorsichtiger, was ja auch irgendwo sinnvoll ist. Jetzt kurz zur Wärmeentwicklung. Wenn ich mit Ultraschall hochfrequentiert auf eine Stelle feuere, dann kann diese Stelle sich erwärmen. Wichtige Schlagworte sind, ich mache über längere Zeit auf demselben Punkt auf ein rundes Objekt den Ultraschall. Da kann dann tatsächlich eine Wärmeentwicklung vonstatten gehen, die aber, das hat man gemessen in Experimenten, meist nicht über 0,1 Grad hinausgehen. Gefährlich wird es für den menschlichen Organismus erst ab 1 Grad Erhöhung auf diesem Punkt. Also 0,1 bis 1 Grad, da hat man noch ein bisschen Luft nach oben. Das sind unter experimentellen Bedingungen, wenn ich auf eine Stelle feuere quasi. Vor allen Dingen wichtig ist zu unterscheiden. Es gibt diesen B-Modus, dieser Schwarz-Weiß-Bild-Modus, wo man immer das Kind schwarz-weiß sieht, der nicht so einen starken Puls hat, also nicht so eine starke Frequenz hat, wie zum Beispiel diese Doppler-Untersuchung, wo das so blau und rot meistens leuchtet, wo eben auch Gefäße dargestellt werden. Diese Doppler-Untersuchungen sind von der Frequenz, also sagen wir mal von der Gefahr her, ein bisschen höher einzustufen, wenn man auf ein ruhendes Objekt über längere Zeit feuern sollte. Hier müssen wir jetzt mal zwei Dinge beachten. Erstens bewegt sich der Mensch, der den Ultraschall führt, also die Ärztin oder der Arzt. Zweitens bewegt sich auch das Kind. Das heißt, wir haben nicht diese experimentellen Bedingungen, wo wir auf ein ruhendes Objekt schießen, sondern wir haben ein bewegtes Etwas, wo auch noch ein anderer Aspekt zutage kommt, der die Wärmeentwicklung verhindert. Und zwar durchläuft ja unser Körper einen Blutfluss. Wir haben einen Blutfluss und deswegen können wir uns auch bei einer 100 Grad warmen Sauna hineinsetzen, ohne zu sterben. Denn unsere Proteine müssten eigentlich ab 70, 80 Grad kaputt gehen. Tun sie aber nicht durch die Konvektion. Das heißt, die Wärme wird durch unseren Blutfluss abgeleitet. Das ist das Prinzip Sauna, warum wir da genießen können, statt zu sterben. Und das ist auch das Prinzip, was der kleine Mensch ungewollt anwendet. Dadurch, dass die Wärme weggetragen, abgetragen wird, passiert sowas nicht. Jetzt kommt noch ein anderer Aspekt. Wenn ich jetzt diesen Doppler-Ultraschall machen würde, über 500 Sekunden, was lange ist, dann könnte das Kind Gefahr laufen, eine Wärmeentwicklung an der Stelle zu haben, wenn es sich nicht bewegen würde und alles gleich bleibt. 500 Sekunden. So ein Doppler, wenn ihr mal dabei wart, oder ich war ein paar Mal dabei, ist wenige Sekunden lang. Und vor allen Dingen werden auch bei dem Doppler nicht nur mütterliche, aber auch eben mütterliche Gefäße untersucht. Zum Beispiel diese Arteria uterine, die rechts und links die Gebärmutter versorgen. Das sind mütterliche Gefäße, die man sich anschaut, wo man dann einen Doppler macht. Das ist also noch nicht mal Kind. Wenn man jetzt natürlich im Hirn zum Beispiel oder eine Niere Doppler macht beim Kind, da muss man aufpassen, dass man es eben nicht statisch macht und über 500 Sekunden. Was ich sagen will, in der Realität ist diese Gefahr, dass sich da eine Wärmeentwicklung über 0,1 Grad entwickelt, sehr, 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 sehr gering. Deswegen ist da auch nichts zu befürchten. Aber unter experimentellen Bedingungen könnte es bei einer längeren Pulsdauer, bei so einem Doppler auf einem statischen Objekt, über so und so viele Sekunden zu einer Wärmeentwicklung kommen, die aber dieses 1 Grad gefährliche Wärmeentwicklung nicht überschreitet. Also ja, experimentell gefährlich, in der Realität nicht gefährlich. Aber nochmal, es geht darum, ungeborenes, schutzbefohlenes Leben zu schützen, auch wenn nur ein potenzielles Risiko bei einem Ultraschall bestehen würde. Und deswegen sagt man, okay, ihr dürft Ultraschall machen, ihr dürft CTGs machen, ihr dürft auch ein 3D, 4D Ultraschall machen, wenn ein medizinischer Grund dahinter steckt. Und damit möchte man einfach verhindern, dass die Leute in irgendwelchen Praxen zum Beispiel, es gibt eigene Flatrate-Praxen, wo man früher eigentlich nur einen Pauschalbetrag X bezahlt hat, wo eigentlich nur Ultraschall gemacht wird, um das Kind zu zeigen. Und das soll eben verhindert werden. Es muss schon ein Grund dahinter stecken, warum man Ultraschall macht. Und der kann in einer Schwangerschaft 20 Mal sein, der kann aber auch nur 3 Mal sein, je nach Risikokonstellation dieser Schwangerschaft. Ihr müsst also auch 2021 keine Angst haben. Die Ultraschalluntersuchung bleibt ein sicheres, kostengünstiges und sehr mächtiges Instrument, um eine Risikobewertung zu machen bei einer Schwangerschaft. Es ist also wirklich weiterhin wichtig, diese mindestens 3 Schwangerschaftsuntersuchungen mitzunehmen, um einfach zu gucken, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten. Und bei Auffälligkeiten muss man eben die Konsequenz ziehen, dass man auch öfter den Ultraschall macht, der unterm Strich, und das können wir, glaube ich, jetzt so festhalten, nicht gefährlich ist. Ja, das war ein bisschen physikalisch heute, aber ich glaube, es ist ein großes Thema, was viele interessiert, einfach um zu wissen, was kommt jetzt auf mich zu 2021 und was steckt überhaupt dahinter. Es steckt einfach ein Sicherheitsprinzip dahinter, um da einen Riegel vorzuschieben durch diese Praxis, die oft gemacht wird, einfach nur aus Spaß und Dollerei stundenlang so ein Ultraschallbild von einem Kind zu machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei, unter dem Synonym Richtig Schwanger. Bei Facebook könnt ihr auch gucken. YouTube-Kanal abonnieren nicht vergessen. Auf der Website nochmal vorbeigucken, da gibt es einen eigenen Blog, wo es ganz viele Artikel auch zu diesem Thema übrigens gibt, aber auch viele andere Themen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.